In der Liebe mag ich am liebsten die Anfänge, wenn man noch nicht weiß, was geschehen wird. Aber wo schon klar ist, irgendetwas wird geschehen. Understand me? I'm fed up with your shit! Sie ist vollkommen. In den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, als Werther Lotte traf, da ist die Rezeption des Goethe'schen Werks nicht so eindeutig slash fraglos wie heute. Goethe ist gerade mal Anfang 20, hat schon einige Skandale hinter sich. Die man vertuschen musste. Ich fühl mich sicher, die Zeit mehr sitzt so. Es bindet hier nur so von diesen Räubern. Ja, meine Finger auf Räubern. Obwohl, das ist eine andere Geschichte. Wollen Sie mal probieren? Wie Pushki? Hey, 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 hey. Hilfe. Hilfe! Jedenfalls enden Geschichten. Immer auf eine von zwei möglichen Arten. Was hat dich jüngst erschüttert?